Ich bin seit 2003 in der Felix-Schöller-Group, habe meine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik hier gemacht und mache jetzt seit 2016 den Job des Tag-Schicht-Schichtleiters hier in Osnabrück in der Verehlung. Ich bin in der Felix-Schöller-Group seit 2000, das Ganze direkt nach Schulabschluss. Ich bin in der vierten Generation jetzt dabei, vom Urober angefangen. Ich habe 2005 angefangen, wollte eigentlich nochmal kurz als Leiharbeiter arbeiten und bin seit 2008 festangestellt bei Felix-Schöller. Ich habe mich bei Felix-Schöller eben als Papiertechnologe beworben und nach meiner Ausbildung bin ich jetzt als zweite und erste Gehilfe an der Papiermaschine 14 im Werk Gönsach. An meiner Tätigkeit gefällt mir, dass ich sehr weit rumkomme im Unternehmen. Ich habe Bezug in alle Abteilungen, ob das die Veredelung ist, die Produktion, man kommt überall schön rum. Spannend ist es, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die Sortenwechsel da unten nach vorne zu bringen, die Produktivitäten zu steigern der Maschinen, den Nutzgrad zu erhöhen, sodass das Werk nachher das größtmögliche dann auch abschöpft. Ich bin als Prozessprüfer angestellt und qualifiziert und als Zweit-Ausbildung bin ich Disponent. Es ist einfach eine schöne Arbeit. Meine Aufgaben als Papiertechnologe sind jetzt als erste Gehilfe sozusagen, ist man die Sekretärin der Papiermaschine, berechnet die Aufträge. Des Weiteren muss man natürlich immer die Papierqualität im Auge behalten, was mit vielen Kontrollen eben zu tun hat. Mein Urpa hat hier gearbeitet als Zimmermann. Meine Oma hat hier gearbeitet in der Kaffeeküche und meine Eltern waren beide hier. Scholler hat da sehr viel für seine Mitarbeiter übrig und das finde ich sehr toll und das sucht eigentlich auch in der Umgebung seinesgleichen. Ich glaube auch durch die ganzen Angebote, die hier von der Firma gestellt werden, Jobrat, Hansefit, BGM-Maßnahmen, ich glaube, dass sowas da auch dazu beiträgt. Seit diesem Jahr gehe ich in verkürzte Arbeitszeit, 34-Stunden-Woche, weil sich meine Lebensumstände voriges Jahr verändert haben und ich brauchte mehr Zeit. Ich arbeite gern bei Felix Scholler wegen den guten Arbeitskollegen, dem guten Arbeitsklima sowie auch einem guten Verdienst. Ich fand die Schichtarbeit an sich auch attraktiv. Dadurch, dass man Tag und Nacht halt im Schichtdienst hier auch zusammenarbeitet, ist der Zusammenhalt dann nachher auch größer. Vor allem die gute kollegiale Stimmung macht das Aufstehen auch zur Frühschicht etwas erträglicher, wenn man weiß, dass man auf die Arbeit kommt und Spaß hat. Wir können zusammen lachen, wir machen unsere Späße zusammen, wir stehen auch zusammen, kollegial, freundschaftlich. Meine Meinung ist immer, mit einem großen Zusammenhalt kann man auch vieles erreichen.